Hallo Leute, hier ist der Dreamteam und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Vorab eine kurze Info. Ab jetzt gibt es, wie gewohnt, jeden Samstag um 18 Uhr ein neues Video. Jetzt kommen wir aber zu unserem Video vom Gardasee, beziehungsweise aus Peshera del Garda. Wir haben die Tage am Gardasee genossen und kaum Sightseeing gemacht. Wir wollten euch aber trotzdem ein Video mit einigen Informationen zusammenstellen. Also, let's go! Der Gardasee ist der größte See Italiens und ist nicht weit von Deutschland entfernt. Deshalb eignet er sich gut als Urlaubsziel. Außerdem gibt es weitere Aktivitäten am Gardasee, wie zum Beispiel das Gardaland. Dies ist ein Freizeitpark in Italien. Es gibt auch weitere Möglichkeiten eine Bootstour zum Beispiel zu machen oder Jetski zu fahren. Wir empfehlen euch frühmorgens und am Abend ans Wasser zu gehen oder die Stadt zu erkunden. Denn in der Mittagshitze kann es in Italien ganz schön unangenehm sein. Genießt die restlichen Impressionen und wir wünschen euch einen schönen Sommerurlaub, falls ihr Urlaub habt. wünschen euch einen schönen Tag gleich nutzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020